Ne, warte, ich mach noch gar nicht. Ja, da sind wir wieder bei der nächsten Folge. Mein Meister! Alter, was? Äh, wir... Zur Verteidigung, wir haben dieses Spiel noch nie gespielt. Ich hab irgendwie Lungen-Aids oben links. Ah, man hat so begrenzte Bereiche. Ich kann mich so richtig behindert vorbewegen. Ich bin so die übelste Missgeburt. Ach, Spring verbraucht viel. Ich sterbe gerade. Mann, bist du gut, du bist ein Vater. Ich hab ganz viel... Ich hab ganz... Stopp! Äh, hier oben. Das Leck des Todes. Ich hab übelst viel Glas und so gegessen. Damn! Digga, holy shit! Ach! Was ist passiert? Alter, alter, guck mal. Mein Arm! Alter, holy shit! Was passiert? Guck mal, guck mal, mein Arm, wie der sich langstretzt. Du guckst bei mir einfach so, als würdest du Saat auch beschwören oder sowas. Ja, aber... Was zur Hölle passiert da? Warum fliege ich immer so weg? Siehst du das eigentlich, wenn ich wegkriege? Chunk of Stuhl? Warum kann ich Holz essen? Ich kann auch essen. Ich kann auch essen. Weil ich dagegen geflogen bin. Ich esse Holz! Ah, jetzt nehm ich rapide ab. Ich hab 100% an Abnehmen. Ich weiß. Lecker. Ey, ich bin da rumgebackt! Holy shit! Ja, ich hab dich hoch. Ich bin tot. Ich hab mein Herz gefuckt. The fuck! Alter, holy shit, geh ab! Ich musste mich wiederbeleben. Was zur Hölle? Ich glaub, ich hab gewonnen. Äh. Team Baby. Äh, okay. Ja, ich hab einfach ganz viel gegessen. Switch Teams. Switch Teams. Wie dumm das du bist. Wahrscheinlich kann man es noch besser machen, aber... Ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Vakuum? Ja, wie übelst du nicht. Ah, man kann Icons einsaugen. Guck mal. Ey, warum bist du hier... Ah, wir sind hier jetzt ein anderer Map. Nein, 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 ist die gleiche. So, warum ist der Weg bei mir? The fuck? Ah. Bleach? Ich kann... Ach so. Ich kann... Warum sollte ich mir selber Bleach entlösen? Ja, ja, ja. Ich hab auch ganz viel fast gestaunet wegen. Nein. Halt auf. Nein, ich will den Scheiß-Trash-Kern nicht. Wie geil ist er ja übelst verpackt. Das ist ja über der Mühe. Nein, ich will den beiden. Ich hab grad... Ich hab grad mein Dings gegessen. Wo bist du? Alter, holy shit. Alter, die Hände sehen so gruselig aus. Wie... Wie... Wie beuge ich mich hin? Wo bist du? Alter, mein Sonne... Das ist cool aus. Hab ich denn jetzt gegessen? Nee. Alter, wie dumm das aussieht. Nee. Guck mal, ich kann den Tisch hier nehmen und auf dich werfen. Das ist das. Siehst du das Hüpfen? Nein. Nein. Nein, lass die Glasscherbe in Ruhe. Das ist noch eine. Oh Gott. Die kippe ich. Die Hände, Alter. Holy shit. Ich muss einfach selber grad... Junge, ich will die Scheiße hier neben nicht essen. Plant. Holy shit. Ich kann den ganzen Tisch weglaufen. Alter, was geht ab? Du bist du. Oh, das ist ein neuer Wacken. Was? Ah, links. Warum hab ich den gegessen? Ah, ich kann Schnuller essen und so. Nein, hör auf damit. Unfair. Du kannst gar nicht gewinnen. Ich kann die ineinander öffnen. Alter, ich drehe mich. Hör auf damit. Komm mal ins Wohnzimmer, siehst du da. Ey, warum? Ich will die... Ich hab ne scheiß Gabel gegessen. Ich verreck gleich. Ja, ich hab... Äh, Next Player. Es gibt ne Garage. Hast du mich im Wohnzimmer hüpfen sehen? Es gibt ne Garage. Es gibt nen Tiefkeller. Also du bist übertrieben. Aktivier mal Map. Wie geht das? Äh, Rules. Äh, aktivier mal die ganze Map. Man kann nur... You must have. Ach so, ja, das ist... Work in progress, okay. Ah. Okay. Äh, so, ah. Er ist das sagen soll. To me it's light. Wahrscheinlich soll man das auch genau so machen. Ich will den behalten, aber nicht in der Hand halten. Warum hab ich hier jetzt gegessen? Das verstehe ich auch nicht. Grab e-move. Okay, warte, 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 warte. Okay, jetzt sag mal gleich, ob dir irgendwas... ...warte auch normales aufhört. Warte mal. Lass mich mal kurz hier da rein. Nicht rein. Ich lass dich irgendwie irgendwie hin. Lass das... Mann, vorhin hab ich das ganze Teil gedreht. Wie so ein Bailwitz, war übelst schön verpackt. Das Spiel ist noch schlechter als das davor. Leap Pickup. Nein, 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 nein. Ich will. Meiner. Mein Flashcan. Ja, hab ich mich gerade selber gehealt? Move. Ach ja, danke. Ist das. 100% Sterbensrate. Pickup. Feed. Wie schon, wie du das reingedrückt hast. Alter, jetzt bin ich wieder beinahe. Hey, ich hab dich grad mit nem Tisch... Alter, hoch. Ich hab dich grad mit nem Tisch gefeedet. Hör auf doch nicht. Ich kann alle... Alter, ich... 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 Alter, ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Nein, 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 nein. Hör damit. Ja, danke. Lied. Alter, ich fühl mich so bekifft, weiß ich gar nicht, wo ich bin. Hör... Einfach Hulk, das Baby. Ich bin ja grün, das stimmt. Du hast einfach den ganzen Tisch wie nichts weggemacht. Ja, ja. Du hast gesehen. Warum hab ich mehr Punkte? Ja, das ist besser. Ich bin... Du musst... Äh, switch die mal. Ey, ich weiß. Klingt geil. Wie findet ihr das? Äh, wir werden nicht mehr Content aufhören. Fehles Game. Ja, ja. Es ist ja so, du kannst die Jits einfach alles essen. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Der Riss! Oh, ho, ho. Ey, ich kann wagen, guck mal, guck mich mal an. Hm? Ja, aber ich kann aber auch Karton essen. Wie noch gegangen? Ist schuldig. Ja, ja. Das Game over! Frisch, du Bastard! Trink nicht so viel. Warte mal. Das ist, äh, macht mir Angst. Uh! Lecker! Ich hab's gegessen jetzt! Hier. Ja, aber was hat's mir da gegeben? Keine Ahnung. Wirst du ein bisschen Öl? Alter, ey, ey, ich werd schneller. Ah, ich hab, ah, ich hab Zucker in Dusk. Jetzt hab ich schon wieder, glaub ich, selber gegessen. Ah, nee. Alter, ich hab grad ne Leitung gegessen. Alter, ich hab grad, guck mal, ich hab grad ne Wasserleitung gegessen. Geil. Was? Oh, du müssten hier mehr... Oh, 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 oh. Ey, ich ess, ich ess unten durch den Tisch durch. Ey, ich hab mich selber getötet. Oh mein Gott, Digga, ey, so viel Obst. Jetzt, jetzt hab ich's wieder gegessen. Komm her, wo bist denn du? Ah, da. Was? Ich bin hingefallen! Ey, wenn man shiftet als Vater, fällt man einfach hin? Ja, ja. Ja, ja. Was soll er? Flietig! Ey! Gebt er ja mal wieder her. Ja, wo ist er mal wieder? Ich hab mich genommen. Was ist mit dem Spiel los? Ey, ist aber fair, aber find ich. Ja. Stress! Ah, du Hurensuch. Da hab ich einmal was leckeres gefunden. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich vergammelt. Ich stelle ja fast, weil ich der ganze Zeit scheiße esse. Lecker, lecker! Ich bin gegen den... Alter, es ist so dumm, ey. Ich hab grad ne Playstation gegessen oder was so sein sollte. Ey. Ich stopp! Ich hab mir Herzinfarkt. Du bist da halt auch schon mal ne Herzinfarkt? Nö, weil du nicht. Ich bin nur richtig oft rum runtergelaufen, äh rumgelaufen. Ich bin durch die Durchsturz gelischt. Ich sterb dich, ich fall ganz echt um. Da, ich hab wieder ne Herzinfarkt. Äh, ich bin gleich Todfahrer. Ich hab ne Herzinfarkt. Ah. Das ist doch so unfair als... Als Vater, wenn du einmal schiffst und fällst, einfach hin und kann hier aufstehen. Geh, ich spiel jetzt noch 10 Minuten. Oh, Junge. Jetzt wird aber nur... Das wird aber sowas von nur ein 20er-Part. Äh, ja. Das ist auch Spaß, aber... Das ist noch dümmer als das vorherige. Hahaha. Alter, das ist wie ein... Das ist ein Bouncepad. Cool. War ne Xbox gegessen. Ja, ja, ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Du bist kacke, du Basta. Hä? 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 Ich bin oben! Oh mein Gott! Ah, ich hab wieder diesen Bug. Alter. Hahaha. Das ist geil Bug. Das ist ein Feature. Hallo. Das hat mich auch. Jetzt hab ich... Bleib stehen, bleib stehen kurz bitte. Ey, ist verbuggt. Ich komm gar nicht mehr runter. Ah, jetzt die Leitung. Ey, ich... Ich bin... Ich bin verbuggt. Hä? Ich bin... Okay. Ja, ich bin verbuggt. Ich komm nicht mehr runter. Und ich fall wieder hin. Weil es gehört, dass ich hier auf den Boden gefangen bin. Wunderblender. Alter, ich... Ich muss ja schon längst tot sein. Oh, das sieht interessant aus. Wenn ich hier vorne... Da. Oh, bist du, du Edel... Das ist doch schön warm. Das ist so ein dummes Game, Alter. Ich hab auch jetzt verstanden, weil es dieses Vakuum-Dings bringt. Ja, ja, du kannst... Dann hast du... Dann hast du keine... Dann hast du keine... Nee, ich mein auch... Du hast dann, äh... Keine Luft mehr zum Sprinten und Hüpfen. Das echt? Ja, hast du nicht gemerkt? Nee. Weil die... 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 Die Lunge geht runter. Aber lass gut sein. Guck mal... Warum es war nicht bei dir? Weil du scheiße bist. Na, ich kann hier... Grab... Dann kann ich auf dich schön mit Glas schärfen. Alter, holy shit! Ja, ja, das passiert mir die ganze Zeit. Oh, ein Xbox. Ja, hab ich gegessen. Hey, hast du gegessen? Geh auf. Na, die hab ich gegessen. Na, die hab ich gegessen. Meine. Alter. Hm. Sie ist klug. Du isst einfach alles und dann hielst du dich. Jaaaa... Was ist das hier zum Beispiel? Guck mal, siehst du das? Was? Was steht da für ein Name? Was ist das? Eine Uhr. Das kleine Ding hier. Was hilft? Hier ist nichts. Was bin ich denn? Stopp. Siehst du mein Leben? Ja, ich glaub denen geht's nicht gut. Da. Plus 20. Oh, du hast irgendwie Ameisen oder sowas gegessen. Ah. Kakerlaken. Ich seh die nicht. Ja, geiles Spiel. Hör auf damit. Oh, ich kann Schnuller und Seife essen. Hör auf damit. Ah-호, ha-ho, ha. Jo- ko- ha! Ha-ha! Du Elender! Ich hab mich jetzt mit Vakuum gefüttert. Scheiße, ich bin selber tot. Hast du ein Herzinfarkyse? Ja, ja, wie behindere ich das? Ja, ja. Ah, Ya-istas. Ah, ok. qoyoy qué,יא марcheik ehoh mit er wird aber alle kundel ich habe nur das Auge ich bin tot kräfte gehen woher haben wir nicht dabei gedacht hat Prozent die entwickler also wir haben sich jetzt ein bisschen bisschen an die Schwachstellen gefeilt wie findet ihr es ich habe so von Tapschaffel von dem ich das das erste Mal gesehen habe habe ich so gehört ich wundere jetzt auch bei dir äh das so ja kommt ein neues Game raus das wird mega gut hör auf damit da war ein Leiter den wollte ich haben da strubbel ich gleich leer ne und dann? dann esse ich den ganzen Kühlschrank auf lass mich mal kurz gucken oh Paradies für Vergiftung auf jeden Fall ich habe einen neuen mir egal aber hier ist einfach eine Hure durch ich kann mein Dreckskind sich aufrafen Alter holy shit ich bin oben guck mal ich bin oben auf den Tisch aufgekommen ich habe schon hier Alter ich bin oben hier ich werde dich wirklich mit dem Vakuum scheiße ich bin oben nicht ich bin oben ich will es haben die ich bin oben kann sein dass du nicht mehr rauskommst doch aber dass Bleach kommt in mich rein Komm mal raus, versuch mal rauszukommen Ne, weil ich konnte Ehrlich am HP-Verlierer Ja, ich kann doch hier aber Ah, ist ein Bug bei mir Ich esse jetzt durch die Luft Sachen Ja, ich kann Sachen vom Tisch Über mir nehmen Ah, da ist wieder was Hier Hier, warte mal Hier, Gasolin Mach mal auf Alter, ich fühle mich so wie in, äh, wie in Sea of Seas Ich mach auf Ich fühle mich wie in Sea of Seas Komm mal raus Was das zum Fick Hilfe Stirb Aber ich weiß, es hat einfach keine Chance Als Kind kann man ein bisschen austesten Die ist da, aber Ja, noch drei Minuten, leider, da hab ich kein Bock Gott sei Dank, nee, ich hab ja schon keinen Bock mehr Außer als Kind, Digga Bisschen gegen Random spielen Aber keiner ist freiwillig, der Vater Bisschen Competitive, siehst du das Alter, ist das der Wack Äh, nur Front an die Entwickler Hoffentlich steckt mir da noch mehr Cool Front an die Entwickler Wieso? Hier geblieben Wie findest du das hier? Mhh, lecker Oh ja Oh, gar nichts mehr zu essen, was? Oh, wie schade ist das denn eigentlich? Kekse, oh mein Gott, die sind lecker Äh, ich hab Durchfall oder so Ich hab Durchfall Alter, guck mal, was passiert mit mir? Siehst du das? Ich hab einen Herzinfarkt davon bekommen Hast du gesehen, was denn hier passiert ist? Ich hab nochmal random Herzinfarkt bekommen Kekse, oh mein Gott, komm mal nochmal Kekse, oh mein Gott, was geht mit dir? Oh, was geht mit dir? Hey, warum gleich Glitter, gleich dich jetzt? Hey, du hast Zucker gegessen? Oh mein Gott, komm her, du Müllkind Oh mein Gott, komm her, du Müllkind Das ist die Dreck Das hier, Eck Wann hab ich irgendwie... Oh, der gibt mir schon einen Zucker schock Wie ist das da? Davon hab ich, glaube ich, Dünschiss bekommen Weil ich viel kombiniert hab Oh, wie schön hier ist soviel Holz Hey, okay, das ist langweilig Ey, warte, es gibt eine Vape Ach, ne? Oh, ne? So viel Holz wie ich habe erwähnt war der brüßchen dauernd schaden zack wie cool er hat er getrunken das ist nicht für kinder gib mich scheiß ich hab's gegessen stellbrüß aus Versehen ne vape ah ich hab einen zuckerschock bleib mir hier für dich für dich was hast du gemacht? ich hab gerade so nie auf dich gekippt ok das war jetzt leider die letzte runde das war die letzte folge von dem spiel wir haben beide spielmodos beide versionen ausgetestet spieljahre hat sich gelohnt kauft euch das spiel mit meinem code für 4 euro jetzt reduziert ok tschüss wir haben beides ausprobiert ich hoffe wir hattet alles klar viel spaß ja her Hahaha.